Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold. Podcast Zeit. Es ist Sonntag. Mein Name ist immer noch Glenn und mit mir heute wieder dabei der portugiesische Eilmann, Luis Miguel da Silva. Moin, moin. Mahlzeit. So, na, wie schaut's? Ja, kalt. Gab's wieder Grünkohl dieses Wochenende? Hm, nee. Dieses Wochenende nicht. Wieso das denn nicht? Du hast doch Freunde zu Besuch gehabt. Ja, aber wir essen doch keinen Grünkohl. Nee, wir haben gestern tatsächlich was ganz anderes gemacht. Wir haben abends schon so Tapas mäßig gemacht. So schon Käse geholt vom Deteka und schon Salami und sowas. Und dann haben wir auf dem Grill noch so ein paar portugiesische Würsten draufgeschmissen. Ja, mit einem schönen Rotwein dazu. Was sind eigentlich genau Tapas? Ein bisschen vom Alles. Eigentlich ist, glaube ich, Tapas, wenn ich nicht falsch liege, ich weiß jetzt auch nicht. Aber ich glaube, das ist, früher, die Spanien haben das gemacht, haben die die Resten alles zusammen gegessen. So was übergeblieben ist und sowas, so Kleinigkeiten. Und so wäre das heute auch, glaube ich, verkauft, weil du kriegst ja von jedem ein bisschen was. Da sind aber oft diese Paprikawurst gegrillt und sowas und das haben wir gestern auch gemacht. Was hatten wir denn bei deiner Hochzeit gegessen? Die am Empfang? Ja. Ja, da sie sowas ähnlich ist. Das heißt nur anders. Auf Portugiesisch heißt das anderes. Ja, was gibt es diese Woche Neues? Ich bin so ein bisschen gehypt, ey. Ich bin so ein bisschen richtig gehypt. Letzte Woche, Montag, Dienstag, bei Twitter gab es eine kleine Nachricht von Valve. Es gibt ein neues Half-Life. Ach so, ja, da hast du ja den Link geschickt vom YouTube, ne? Das Spiel interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Das geht jetzt aber mehr um diese Virtual Reality, ne? Das ist leider das Problem in der ganzen Sache. Half-Life ist ja 1998. Das habe ich auch tatsächlich durchgespielt. Half-Life sind so die einzigsten Spiele, die ich überhaupt jemals durchgespielt habe. Ich habe, glaube ich, nie irgendwelche Singleplayer-Spiele durchgespielt. Und Half-Life ist das einzige Spiel, was ich überhaupt durchgespielt habe. Und 1998 kam Teil 1 raus. Und jetzt gab es dann 2004, glaube ich. Ich glaube, 2004 gab es zwei Teil 2. Und da ist ja auch das Spiel Counter-Strike mit entstanden mit Half-Life. Also Counter-Strike ist ja quasi der Ableger von, also quasi ein Mod von Half-Life. Und mit der Source-Engine gab es dann mal den Counter-Strike Source und Global Offenses. Und das ist immer so ein kleiner Meilenstein gewesen in der Videospielbranche. Gerade Teil 2 ist so ein Meilenstein gewesen, weil da so die erste richtige Physik-Engine mit reingekommen ist. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was das damals überhaupt, als dieses Spiel auf den Markt kam, was das überhaupt ausgelöst hatte. Und man hat immer auf Teil 3 gehofft. Nach 15 Jahren kommt natürlich dann die Meldung, neues Half-Life. Und dann gab es aber leider keinen dritten Teil von der Half-Life-Serie. Weil der Chefentwickler bzw. der Chef von Half-Life immer gesagt hat, solange es keine technischen Fortschritte an sich gibt, mache ich keinen Teil 3. Und jetzt kommt aber Half-Life VR raus. Und ich habe mir den Trailer angeguckt. Hast du den auch angeschaut? Ja, ich habe mir den nicht komplett angeschaut, aber ein bisschen habe ich mir das nicht angeschaut. Aber irgendwie finde ich das immer noch, weißt du nicht, das ist überhaupt nichts für mich. Weiß ich nicht warum. Normalerweise kann man davon ausgehen, dass es eigentlich eine richtige Bombe wird. Also ich kann mir schon vorstellen, gerade von Wave kommt ja auch nicht die Oculus, sondern die HTC Vive, glaube ich, arbeitet mit Wave zusammen. Und die wollen ja unbedingt in diesen VR-Markt rein. Und es gab bis jetzt, wenn ich mich nicht täusche, gab es kein AAA-Spiel in VR. Und da kann man gut von ausgehen, dass die zumindest da ein bisschen Geld und Budget in die Hand genommen haben. Und mal schauen, wie das nächstes Jahr wird. März 2020 kommt so raus. Ob ich mir da jetzt eine VR-Brille kaufe, weiß ich nicht. Aber das könnte schon ein richtiger Meilensteinwetter werden. Ja, da müssen aber diese VR-Brille halt günstiger werden. Ich finde die ziemlich steuer und zu wenig Möglichkeit, die Dinge zu nutzen. Die Videos, die man sich damit anguckt, was wir auch, was weiß ich, auch in Amerika, auch in die Universal Studios, was wir da auch gesehen haben und sowas. Das war schon geil gemacht. Auch in England, wo wir da in England waren, das war auch schon ... Ich habe es ja selber gemerkt, dass ein Interieur so ein bisschen schlecht war. Ich weiß auch nicht, ob das schon so heftig ausgereift ist, dass man so ein komplettes Spiele auf sowas spielt. Das weiß ich auch nicht. Ja, da sprichst du gerade ein Problem an, was ich auch im Trailer wieder gesehen habe. Diese Motion Sickness oder wie das immer geschimpft wird, kommt ja oft dadurch, dass dein Kopf hat quasi was verarbeitet, aber du das ja nun gar nicht wirklich umsetzt. Also gerade dieses Gehen. Man kriegt ja immer dieses Motion Sickness, wenn du zum Beispiel in dieser Achterbahn sitzt oder sonstige Sachen. Die ist rumgeschleudert. Und es soll wohl ganz schlimm sein, wenn du dann so gehst, also Bewegung fortführst quasi, so geradeaus gehst und so. Und weil du nicht wirklich gehst, aber dein Kopf das verarbeitet, soll die quasi immer so schlecht dabei werden. Und man konnte im Trailer von Half-Life, das Spiel heißt übrigens Alyx, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Alyx, Alyx, könnte man auch nicht richtig erkennen, wie die Person quasi gegangen ist. Ja, du hast nur diese Anschuhe gesehen und sowas, ne? Ja, genau. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten immer, dass du quasi dich so vorziehst mit dem Controller. Das allerdings finde ich ein bisschen dämlich gemacht. Was man noch sehen konnte im Trailer, dass du dich so nach links und nach rechts bewegen konntest. Also als wenn die HTC-Brille bzw. die VR-Brille das mit erkennt. Aber wie dir dann dieses Fortbewegung ist. Ob das wirklich nur über den Controller ist, quasi auf die Taste drücken und du gehst voran. Und ob das irgendwie da anders gelöst wird. Das konnte man im Trailer leider überhaupt nicht sehen. Ich hab das schon einmal gesehen, dass man mit dieser VR-Brille, dann hat man so einen Typ eingeschnallt, auf so einen Rollteppich mäßig, die eigentlich rund war. Und du konntest dann ja da dich halt selber bewegen. Das heißt, wenn du gelaufen bist, dann bist du auch im Spiel gelaufen. Du warst sozusagen auf so einer Rolltreppe mäßig. Auf so einer Rolltreppe, nicht auf so einem Rollteppich. Aber das ist ja nicht massentauglich. Ich meine, kann sich ja nicht jeder zu Hause so einen Teppichländer nehmen. Ja, das war ja das Ding. Aber das finde ich vielleicht nicht verkehrt. Weil du hast ja diese Bewegung dann halt da drin. Und wenn du rennst, dann rennst du auch wirklich im Spiel. Wenn du langsam läufst, dann läufst du halt langsam und sowas. Das war schon geil gemacht. Aber wer will sich so ein Ding zu Hause entstellen? Wahrscheinlich kostet sowas, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro. Das ist ja schon wieder, das kannst du irgendwo in einem A-Lein stellen, wo die Leute das mal ausprobieren oder sowas. Wo wir da auch in England waren oder sowas. Das wäre schon ganz nett, aber so auch so. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre im Grunde genommen gar nicht, dass du gehst, sondern dass du immer nur so einen Schritt nach vorne machst. Und dass dir dann registriert, okay, der geht jetzt gerade. Ein Schritt nach hinten, ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts. Also, dass du wie zum Beispiel bei diesen Just Dance oder sowas, dass du nur auf eine Stelle stehst, das ist dann ein Nullpunkt. Und dein Schritt nach vorne ist geradeaus, Schritt nach hinten. Also, das wäre schon geil. Schade wäre das auf jeden Fall, wenn es nur über Controller geht. Also, du machst das halt mit einer Matte auf dem Boden, ne? Genau, wenn du sagst, du machst den Fuß nach vorne auf, so eine andere Stelle der Matte, dass er erkennt, okay, jetzt geht es vorwärts oder halt, ne? Aber dafür bräuchst du keine Matte. Das könnte man auch mit Sensoren lösen oder beziehungsweise mit einer Kamera. Also, dass halt nicht quasi mal eben, das gab es ja früher schon bei der Playstation oder bei Microsoft. Ja, bei Playstation gab es auch diese AI, A-I-E-Generals oder sowas, ja. Ja, genau. Und ich glaube, bei Microsoft ist das, glaube ich, Kinect, glaube ich. Ja. Also, das gab es ja früher schon. Also, dass man quasi mit einer Kamera dich quasi aufnehmen konnte. Die müssen es ja schon massenhaft tauglich machen. Ich meine, gut, du kannst natürlich mit deiner Matte auch wieder Geld verdienen. Ich meine, das haben sie früher schon probiert mit den Tony Hawk-Spielen, wo es dann so einen Controller, eine Art von so einem Skateboard gab, ne? Ja, klar. Aber wer koopst dich so einen Scheiß? Wer koopst dich so einen Scheiß? Möglichkeit gibt es ja für alles. Du kannst auch dir für ein Autospiel, kannst du dir auch so einen Sitz kaufen, wo du da wirklich diese Vibrationen und alles möglich hast, als wenn du im Auto richtig drinnen sitzt, ne? Für alles gibt es eine Möglichkeit, aber da das eine Frage des Preises ist. Aber das sind ja immer so Geschmackssachen. Also, für so eine kleine Nische und nicht für den Massenmarkt. Und ich glaube nicht, dass die ein Spiel, also gerade Half-Life, als Spiel rausbringen, wo dann wirklich so ein Zusatzgerät vonnöten ist. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Das wäre auch echt traurig. Was aber auf jeden Fall geil wäre, wenn sie dafür Counter-Strike irgendwann umsetzen würden. Weil das stelle ich mir richtig, richtig geil vor. Wenn Counter-Strike richtig geil funktionieren würde mit den typischen Maps, die man so kennt, das zwei und sowas. Und dann in VR muss schon richtig heftig sein. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so meins ist, aber naja, jeder ist ja halt anders, ne? Ja. Diese Woche gab es noch einen schönen neuen Podcast von Phil Laude. Den hatte ich, glaube ich, dir auch geschickt gehabt, ne? Ja. Ja. Mahlzeit heißt der Podcast. Ein schöner Podcast, habe ich mir angehört. Hat er mit seinem Kollegen zusammen, der das, glaube ich, die seine Videos mitproduziert. Also, der taucht nicht in seinen Videos direkt drauf, sondern ich glaube, der produziert die Musik und alles, was da drumherum passiert und geschieht. Und mit denen hat er zusammen einen Podcast gemacht, ein schönes Ding. Ein Videopodcast sogar. Also, man kann sich das Ding auch nicht nur bei Spotify anhören, sondern auch bei YouTube anschauen. Und die hatten das Thema Alman. Das fand ich ganz witzig. Aber ich meine, Phil Laude ist ja bekannt für seinen Alman-Move, seine Alman-Videos mit Alman vs. Berater. Ich glaube, wir haben alle immer viel gelacht darüber, ne? Jo. Aber man erkennt sich auch immer wie so schön wieder, ne? Ja. Ich habe mir mal so eine Liste rausgeschrieben mit Alman und will mal heute rausfinden, wer von uns beiden ein bisschen mehr Alman ist. Da musst du auch erst mal erklären, was Alman überhaupt ist. Meinst du, die Leute kennen das nicht? Aber gut, ich erkläre es trotzdem. Ich wüsste das zum Beispiel nicht. Alman ist eigentlich ein Schöpfwort den Deutschen gegenüber. Das kommt, glaube ich, von den Türken, beziehungsweise aus dem Ausland. Aber ich glaube, die Türken haben das, oder das ist ein türkisches Wort, was, glaube ich, Deutsch heißt. Und das wird eigentlich so ein bisschen, ja, wie man auch über uns sagt, Kartoffeln. So ein bisschen mehr so als Schöpfwort. Aber wir haben das natürlich jetzt ein bisschen spaßig aufgenommen. Und man verbindet damit immer eigentlich typische deutsche Klischees. Also, was denkt man über uns im Ausland? Und dann hat man gesagt, ja, naja, das ist ja voll der Alman und sonstige Sachen. Also, das ist quasi der Begriff für Alman. Mhm, ja. Da fangen wir mal an. Typische deutsche Nummer eins, Alman. Die Deutschen ernähren sich nur von Bratwurst, Bier und Kartoffeln. Wie sieht das bei dir aus? Ja, überhaupt nicht. Ich bin aber auch kein Deutscher. Ja, ist egal. Alman muss nicht deutsch sein. Das ist quasi nur der Begriff dafür. Also, ja, aber gut, aber welcher Mensch ernährt sich schon nur von Bratwurst, Kartoffeln und Bier? Kein Mensch. Ja, wie oft isst du denn Bratwurst, Bier und Kartoffeln? Ja, Bier sehr oft, klar. Aber Kartoffeln nicht so oft. Und Bratwurst auch nicht. Im Sommer vielleicht ein paar Mal öfter. Das ist ja normal, wenn man grillt. Aber halt nicht so oft wirklich. Warum nicht? Nee, das musst du sagen. Ich auch nicht. Also, ich esse ungerne eigentlich mal eine Bratwurst. Bier trinke ich auch relativ selten. Und Kartoffeln habe ich mir mal keine Lust, um mir die selber zu machen. Da mache ich mir lieber Nudeln, wenn ich ehrlich bin. Die muss ich auch nicht schälen, ne? Muss ich noch die Packung aufmachen. Ich glaube, da bin ich kein typischer Alman. Das ist eine Marktlücke. Da muss man eine Kartoffel finden, wo du die direkt so kochen kannst und essen. Obwohl, die Schale kann man auch normalerweise essen, ne? Es gibt ja auch eingelegte Kartoffeln im Glas. Ja, und so schmecken die auch. Die Schnüppeln. Wie schläfst du immer so schön? Die Knüppeln auf den Kopf, ey. Okay, Nummer zwei ist immer den Rasen schön gemäht haben. Herrlich. Oh, doch. Ich mache das aber ganz gerne, wenn das vernünftig aussieht. Ich muss jetzt nicht akkurat sein und mit dem Nagelschere da noch irgendwelche Spitzen wegschneiden, aber ich finde das schon besser, wenn das... Allein manchmal nicht nur den Rasen, sondern den Dreck, der oben drauf liegt. Das ist angenehmer. Ja, ich bin genauso. Also für mich muss ein Rasen immer schön gemäht sein. Also so zwei Wochen stehen lassen, das geht gar nicht. Am besten so einmal die Woche immer so auf Golfplatz höher. Ja, gut, aber hättest du jetzt was anderes gesagt, dann musstest du mal in deinem Büroform mal wechseln. So, jetzt der nächste ist, ist noch geiler, das Auto regelmäßig putzen. Ja, das heißt nicht regelmäßig, aber ich mache überhaupt nicht, wenn das Auto komplett wie eine Müllkippe aussieht. Digga, da bist du ein Allmann. Dein Auto ist immer geputzt. Ja, ich mache das auch überhaupt nicht, wenn das aussieht wie eine Müllkippe. Also ich mag das auch nicht, wenn das da drinnen echt viel rumliegt. Also ich hasse das auch, wenn das so vollgestopft ist mit irgendwelchen Scheiß. Aber mein Auto putze ich, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, boah. Wenn deine Frau dir das sagt, dann machst du das. Wenn meine Frau mir das sagt, dann mache ich das auch. Also ehrlich, ich habe bestimmt schon mal ein Jahr lang durchgeschafft, dieses Auto nicht in die Waschstraße zu schieben. Oh, lieber Gott. Nee. Sonntags den Tatort gucken. Nee, überhaupt nicht. Das interessiert mich null. Ich auch gar nicht. Letztes Mal haben wir eine Folge, nicht Tatort, sondern Aktenzeichen XY geguckt. War ganz geil, will ich gar nicht zu sagen, aber habe ich sonntags absolut kein Lust zu. So, haben wir Nummer 5. Die Hemd in die Hose. Äh, nein. Echt nicht? Nein. Ich frage dich jetzt nochmal, echt nicht? Nein, die trage ich immer vom Außen. Wirklich. Außer, einen muss ich sagen, wenn ich jetzt einen Anzug große trage oder sowas. Dann klar, gehört die ja drinnen. Aber mit so einer Jeans, wenn man so ein lockeres Hemd trägt oder sowas, dann immer vom Außen, immer. Ich kann, du steckst sogar dein T-Shirt in die Hosen dran, ne? Es gibt doch nichts Angenehmeres, als das T-Shirt in die Hose zu stecken. Nee, niemals im Leben. Und ein Hemd auch. Dann sitzt das alles so richtig schön eng am Körper. Oh, nee. Das kenne ich nicht ab. Da bin ich anders. Äh, Nummer 6. Das typische Nackenkissen. Was heißt denn das typische Nackenkissen? Was man zum Flugzeug oder so benutzen kann. Zum Aufblasen oder die Körnerkisten, die man mit dem Nacken. Ganz ehrlich, hast du ja mitgekriegt, dieses Jahr auf dem Weg nach Amerika. Mein ist ja nach unten gegangen mit den Taschen. Ich hatte die ganze Flughafte gar keine mit. Die ist mir auch nicht so wichtig. Nö. Beim Schlafen ja. Da habe ich gerne so einen extra Roller. Den habe ich ja immer. Aber nicht so für unterwegs im Auto oder sowas. Aber nee, brauche ich überhaupt nicht. Das Problem, was ich da immer sehe, ist, ich habe immer richtig Bock auf den Nackenkissen. Und bevor ich losfahre, denke ich mir so, ja, das wird richtig bequem. Und wenn du die dann nutzt, sind die gar nicht so bequem. Egal, ob du die zum Aufpumpen hast oder einfach so ein starres oder so ein Schaumstoffding. Ich finde die gar nicht so bequem, die Teile. Irgendwie kannst du dich trotzdem nicht so seitlich ranlehnen. Ich drehe da schon, dieses Hufeisen drehe ich schon irgendwie im Kreis immer. Im Uhrzeigersinn. Und irgendwie eine perfektere Stelle zu finden. Aber so richtig geil finde ich Nackenkissen gar nicht. Ja, das ist so. So toll finde ich das auch nicht. Überhaupt nicht. Ich meine, wenn du dich selber so ein bisschen einstellen kannst, so von der Stärke her, dann geht das ja noch. Also wenn das also komplett so starr ist. Aber sonst, boah, nee. Überhaupt nicht. Aber ich muss zu sagen, Nackenkissen, da sehe ich mich ein bisschen drin, wenn ich ehrlich bin. So, Punkt Nummer sieben ist immer pünktlich. Ja. Jetzt sag nicht, dass du immer pünktlich bist. Nee, worauf nicht. Ich wollte gerade sagen, hättest du jetzt gesagt, da bist du ein Alpern, hättest du gelogen. Dafür komme ich aus dem Süden. Das liegt bei uns in Blüten. Ob Sache du kommst, wann du kommst, ist das egal. Ich kann mich an so eine schöne Geschichte erinnern in Portugal. Wir hatten uns dann in Portugal mit, was weiß ich, Freunde von dir verabredet. Und dann wollten wir uns, ich sage jetzt einfach mal eine Uhrzeit, 12 Uhr Nachmittags oder beziehungsweise Vormittags im Café treffen. So, und dann Louis sagt dann immer, ja, lass uns los. Ich sage, Digga, das ist auch ein bisschen spät. Nee, ich glaube, die sind gar nicht mehr da. Da war doch schon 2 Uhr. Er sagt dann, nein, die kommen doch. Ich sage, wir wollten uns um 12 Uhr treffen. Nein, nein, die kommen doch. Ich sage, Digga, das ist 2. Ich sage, bis wir da sind, ist es halb 3 oder so. Ich sage, wir sind schon Stunden zu spät. Wir fahren da hin, keiner mehr da. Ich sage, siehst du, Digga, die sind gar nicht mehr da. Wir sitzen da so, keine Ahnung, eine Stunde im Café, trinken den Kaffee da und sowas. Wer kommt eine Stunde später an? Deine Freunde. Ich habe nur gedacht, alter Schwede, ey. Ich kenne die doch. Ich habe nur gedacht, kann doch nicht angehen, Alter. Gefühlt vier Stunden zu spät oder so, ey. Ja, da bin ich aber auch sehr. Ich bin auch so ein lockerer Typ. Ich bin aber auch nicht pünktlich. Also, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, um 7 Uhr ist Arbeitsbeginn und ich bin um 10 nach 7 da. Habe ich früher auch oft gemacht. Ich muss auch um 6 da sein, dann bin ich auch um 10 nach 6 aufgestanden. Ja, so ungefähr. Also, ich versuche so einigermaßen immer die Uhrzeiten einzuhalten. Aber meine Freundin ist da ganz anders. Also, wenn wir irgendwo um 18 Uhr sein müssen, dann sind wir aber auch schon um ein Viertel vor 6 da. Und ich wäre dann eigentlich erst um 5 nach 6 da. Aber das haben wir auch grundlegend, egal wo wir hinfahren, dann manchmal sitzen wir im Auto und dann sagt meine Freundin so, die weiß genau, dass ich angepisst bin. Dann guckt sie mich dann an und sagt so, oh, wir sind ein bisschen früh da. Hat sie mir aber auch vorher nicht erzählt, wann wir da sein müssen. Und ich sage, wieso, wie früh sind wir denn da? Ja, das sind noch 20 Minuten. Ich denke mir so jedes Mal, boah. Hast du nichts anderes erledigen können, dass ich das jetzt 20 Minuten, ne? Ist das nicht dein Ernst jetzt gerade so? Gerade wenn du morgens noch länger hättest du schlafen können. Nein. Erstmal 20 Minuten zu früh da. Punkt Nummer 8. Total überversichert. Überdruck nicht. Echt nicht? Nein. Was habe ich überlegt? Klar, das habe ich ja als Versicherung. Also Haftpflichtversicherung, Hausratsversicherung. Also solche Dinge habe ich schon. Ja gut, Haftpflicht. Haftpflicht. Hast du Hausratsversicherung? Nö. Hat er, ist ja nicht mein aus. Ja gut, aber deckt ja auch trotzdem auch Sachen drin ab, so viel. Ja, ist es auch. Aber wir haben ja eine vom alten, meinen Schwiegervater. Denke ich. Also bist du nicht überversichert? Nein. Also, ich meine, man kann sich auch dermaßen überversichern. Ich meine aber, prinzipiell ist es ja im Grunde immer so, du hast die Versicherung, wenn du sie brauchst, dann zahlt die dafür nicht. Ja, oder ist irgendwas Kleines gedrückt, was du nicht gesehen hast und dann statt die komplette Summe zu kriegen, kriegst du da 45 Euro. Und zahlst du dafür einen Monat, aber 200, das ist immer so. Ja, ich bin aber auch nicht überversichert. Ich glaube, ich habe so die Standardsacken, aber dass ich jetzt viel mehr habe, ne, auch nicht. Nummer 9, Tennissocken. Was heißt denn Tennissocken? Heißt das, dass man die zum Beispiel im Sommer trägt, hochgezogen oder überhaupt Tennissocken? Also bei mir ist die Antwort klar. Ja gut, bei dir brauche ich ja nicht fragen, aber im Sommer träge ich die gar nicht. Ich träge immer diese kleine und im Winter träge ich gleich, ich habe nur, für den Winter habe ich nur so Tennissocken, aber die träge ich halt unter die normalen Hosen. Oder gibt es da andere Arten vom Socken? Nein, das sind, also das sind schon diese, also ich würde jetzt sagen, alles, was jetzt mit dicken Socken da zu tun hat, du bist ja so ein Typ, du trägst ja auch irgendwie Sommersocken und dann Füßlinge. Ja, genau. Ja, da bin ich aber anders. Ja, du trägst auch im Sommer einen Grau und einen Weiß und gezogen bis zum Knie hoch, das ist dir ja egal. Ich bin auch froh, dass du eine Frau hast mittlerweile. Da muss ich ehrlich sein, da bin ich direkt der Allmann, ich so eintragen. So, Nummer 10, Beschwerden gehört auch dazu. Also beschwerst du dich viel im Urlaub, über das Hotel zum Beispiel? Nö. Mir nervt das nur, wenn ich auf meine Rechte bestehe oder wenn ich jetzt, was weiß ich, ich weiß, dass ich Recht habe und irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Ich beschwere mich nicht, ich versuche das anders zu lösen, aber nicht über Beschwerden oder dass ich jetzt, ich bin nie ein Typ, der jetzt irgendwo im Internet auch noch was Schlechtes über den Hotel schreibt oder keine Ahnung was, sowas, überhaupt nicht. Aber so ein bisschen einmal warst du trotzdem da, als wir uns aus Autos geliehen hatten. Ja, da bin ich ja ein bisschen ausgerastet, weil das ist ja das Problem. Es kommt drauf an, wie lang die mit deiner Geduld spielen. Ich glaube, nach sechs Autos hatte ich die Schnauze voll, dass wir nicht endlich mal ein vernünftiges Auto kriegen und dass die mir diese ein und der gemacht haben. Und da hatte ich wirklich die Schnauze voll. Ja, ich bin eigentlich, also ich beschwere mich eigentlich bei solchen Sachen eher weniger. Also wenn es einigermaßen funktioniert, dann mache ich das. Aber so, also beschweren eher wenige. Aber klar, wenn du natürlich jetzt irgendwie, wie in dem Falle mit den Autos, dass du was völlig anderes bekommst und du hast da echt viel, viel Geld für bezahlt oder auch Hotelzimmer, die völlig dreckig sind oder sonstige Sachen, da muss man sich halt beschweren. Selber schon, wenn jemand es nicht macht. Aber sonst bin ich ja eigentlich eher weniger. Ich glaube, da bin ich bei Essen. Ich denke, sowas ist auch nicht mehr schwer, sondern es ist auf deine Rechts zu bestehen. Das ist halt so, wenn du irgendwas kaufst oder irgendwas leihst und du dafür 1.000 Euro bezahlst, du willst ja nicht irgendwas kriegen, was nur 300 wert ist oder keine Ahnung sowas. Dafür hast du auch bezahlt, sozusagen. Ja gut, aber es gibt auch Menschen, die nehmen das alles so hin, immer. Aber nee, so auch nicht. So auch nicht. Ja, ich trage dich hier immer trotzdem als Einmann ein. Ja, das wird mal mehr hier. So, Nummer 11. Deutsche Sprache, einzige Sprache. Ja gut, das ist bei dir eigentlich relativ einfach. Vergiss es. Obwohl. Naja, du passt dich eigentlich damit an. Ja gut, ich habe auch keine andere Alternative. Ich habe ja auch. Ja, aber bist du, das ist immer so eine Frage, wenn du jetzt mit anderen Leuten bist, sprichst du dann nur deine Sprache oder nicht? Aber ich kann eigentlich behaupten, dass du das nicht machst. Also, wenn irgendwie Deutsche in der Nähe sind, dann sprichst du eigentlich mehr Deutsch. Ich glaube, das Einzige, wo du es nicht machst, ist, glaube ich, bei deiner Schwester. Ich glaube, da sprichst du fast nur Portugiesisch. Ja, das ist aber automatisch, weil, wie gesagt, wir sind auch mit Portugiesisch groß geworden. Und da kommt das automatisch. Aber ich habe hier genau zu Hause ein anderes Beispiel. Meine Frau spricht auch Portugiesisch. Mehr oder wenig, aber die spricht es. Und mit dir spreche ich immer Deutsch und mit meiner Sprache-Mutter spreche ich fast nur Portugiesisch. Außer, wenn mir irgendwas nicht auf Portugiesisch einfällt, dann müssen wir das halt wieder auf Deutsch machen. Aber so machen wir das auch hier. Ja gut, hat ja auch gut geklappt bis jetzt immer. Auch im Urlaub da mit dem Englisch. Das hat auch gut funktioniert. Aber ich bin da auch so. Also ich muss so sagen, eigentlich in dem Land, wo du bist, sollte man, wenn man es kann, versuchen, die Sprache zu sprechen. Ja, viel Spaß in Japan. In Japan, das wird echt witzig, ey. Ich bin mal gespannt, ey. Die Japaner sind ja eigentlich komplett da anders, ey, dass sie nur ihre Sprache sprechen. Mal gucken. Genau. Geld schulden auf einen Cent genau zurück. Ja, das finde ich ja auch aber richtig. Auf einen Cent genau. Ist ja nicht so, du gibst mir jetzt, du leist mir jetzt 2,25 Euro und ich muss hier 2,25 Euro zurückgeben. So ist das nicht. Mach ich auch nicht. Gar nicht. Also, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, mir 5,50 Euro schulde und er gibt mir einen Fünfer theoretisch, dann ist das okay. So wie ich letztes Mal. Du wolltest ja mein Ding nicht haben vom Sanifair. Also, Gutscheine zählt da nicht zu. Ich hatte nur 4,50 Euro, sondern das ist das Sanifair-Ding dazu. Der ist auch 50 Cent wert. Nee, also Gutscheine brauche ich das auch nicht. Naja, das sind wir beide eigentlich nicht so. So, jetzt kommt Nummer 13. Auf Gesetze hinweisen. Welche Gesetze? Ja, allgemein. Nee, warum nicht? Gar nicht, wenn du den Straßenverkehr fährst und du siehst irgendjemanden und sagst du ja oder weiß ich was oder du stehst an der Ampel und dann geht einer über die rote Ampel und dann sagst du irgendwie, ey, das ist rot. Ja gut, ich sag das, aber ich mach das selber. Da brauch ich mich auch nicht beschweren. Ich hab das öfters mal, als die Leute sagen, nee, das darf man eigentlich gar nicht. Ja gut, dass man das nicht darf, das weißt du. Du sagst das aber innerlich für dich, aber ich werde niemals, wenn der jetzt 2 Meter danach anhalten wird, dann werde ich nichts aussteigen und sagen, ey, sieh zu. Das war gerade rot. Oder wenn die irgendwo falsch parken und die aus dem Auto aussteigen, ich geh da nicht hin und sag, ey, sie parken hier aber falsch. Das mach ich überhaupt nicht. Ach, Quatsch. Du auch nicht. Machst du sowas? Im Straßenverkehr relativ wenig, weil es kommt mir darauf an, ob die Leute das bewusst gemacht haben oder aus Versehen. Wenn die das bewusst machen, ja, kommt das vor. Das kommt vor schon vor, dann kommt auch mal die Fensterscheibe runter und dann wird auch mal rüber gebrüllt. Aber wenn ich sehe, dass sie das aus Versehen gemacht haben, nee, dann nicht. Ich hab das immer ganz oft irgendwie, als Beispiel, wenn du jetzt im Garten irgendwie der eine Nachbar sagt, ja, schneiden sie mir mal die Hecke da mit oder pipapo oder darf ich die Hecke mal mitschneiden und die gehört zum Nachbarn eigentlich und bin ich schon so einer, der sagt so, nee, nee, das darf man jetzt nicht oder sonstige Sachen. Doch so einer bin ich schon. Ja, ich mein, wenn die jetzt, was weiß ich, an einem behinderten Parkplatz parken und du merkst, die kommen da ein Typ, der 18 ist und mit einem Anstand aus dem Wagen raus und dann sag ich denen schon vielleicht, ob der wirklich nicht behindert ist. Aber bei sowas, wenn die irgendwo an der Seitenstraße stehen oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht, oder vielleicht das auch allgemein auf andere Gesetze, halt wieso du sowas sagst wegen Ecken schneiden und da sind die Deutschen schon wirklich sehr, sehr penibel, das ist... Oh, hat alles seine Richtigkeit, würde ich sagen. So, Nummer 14, Schlagerfans. Nö. Also meine Antwort ist klar, definitiv nein. Ach, Quatsch. Aber du hörst doch gerne immer privat Helene Fischer, oder? Ja, klar. Die war auch auf einem Konzert und sowas alles. Habe ich dir das nicht erzählt? Nein, ich habe auch nicht Schlagerfans, also Schlager, gar nicht meins. Nummer 15, im Urlaub Ligen reservieren. Da saß ich wie die Pest. Und die Leute das machen, wirklich, ich hasse das. Das ist so was typisch Deutsches, ne? Ja. Da kriegst du jeden Morgen so richtig ein an der Waffel, ey. Ich hasse das auch wie die Pest. Wenn ich die Leute schon sehe, die morgens mit ihrem Scheiß-Handtuch runterlaufen, noch vorm Frühstück am besten, das Arschkalt noch draußen am besten, und die schmeißen erstmal ihr Handtuch da auf die Liege. Da frage ich mich immer, was ist mit diesen Leuten nicht richtig, ey. Ja, das hatten wir auch, wo wir auf dem Mauritius waren, war genau das Gleiche. Da sind die Omas, formal, du hattest da extra Handtücher, die nur für den Strand waren, in anderer Farbe. Nö, weil die auch keine gekriegt haben so früh, haben die schon die Handtücher vom Badezimmer, die weißen Handtücher genommen, und haben die die alle schon überall reserviert. Und dann erstmal schon frühstücken, zwei Stunden am Frühstück sitzen, die Plauze voll machen, und dann erst wieder irgendwann gegen 10 Uhr oder sowas zum Strand. Vor allem, ich hab überhaupt keinen Bock, mich am Pool zu legen, wenn ich wüsste, das Ding ist nachher so voll, dass ich da auf jeden Fall ein Handtuch hinschmeißen müsste. Hätte ich überhaupt keinen Bock, mich am Pool zu legen, geh lieber an den Strand. Das find ich unmöglich. Entweder kriegst du einen Platz oder du kriegst keins, dann ist das halt so. Aber bei uns war das am Strand, weil das Hotel ja direkt am Strand war, und die haben das direkt am Strand gemacht, aber wir hatten auch wirklich, ich glaub, wir hatten immer Plätze, aber ich hab das damals meiner Frau gesagt, weißt du was, und wir irgendwann da hinkommen, und du merkst, dass eine halbe Stunde oder eine Stunde da kein Mensch auf den Stuhl liegt, nur weil irgendwann Essen sind, dann schmeiß ich die runter und dann legen wir uns da hin, wenn die kommen, sag ich, ja, der Wind hat die wohl gewillt, hab ich nichts gesehen. Tut mir leid. Boah, du kannst auch sagen, einfach die Leute von der Reputation haben das abgeräumt. Ja, das war da aber auch schon so krass. Unglaublich. So, Nummer 16. Mülltrennung. Ah. Da will ich nichts falsch sagen, sonst haut mir meine Frau auf den Kopf. Ne, ich mach das auch. Echt? Ich achte, ich achte da ein bisschen ja, aber nicht so, wie das sein soll. Ja, machst du das, weil du es musst, oder machst du das? Ich bin ja ehrlich, egal, was ich jetzt sagen würde, es wäre gelogen. Nicht, weil ich es muss. Das Ding ist, wenn ich jetzt so eine riesige Plastiktüte habe oder sowas, dann mach ich den schon in den Plastik. Aber manchmal, weil so Kleinigkeiten, Sachen, die eingepackt sind in so einen Mini-Plastik-Dinger, dann schmeiß ich den auch schon in den Restmüll oder sowas. Halt, ne? Wenn es so in riesigen Mengen ist, ist es was anderes, aber so ganz Kleinigkeiten, wo meine Frau vielleicht schnell sagen, was mit einer Pinzette dabei geht und das auseinanderpult, das mach ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also, ich muss schon neben dem Müller mal stehen, damit ich das reinschmeiße. Mittlerweile kriege ich dafür Ärger, weil ich es nicht mache, aber... Ja. So. Die deutsche Liebenordnung. Wie sieht das bei dir aus? Ja. Liebst du die Ordnung? Machst du die Ordnung? Ich mach das gerne, wenn das schon aufgeräumt ist, obwohl ich das selber nicht mache, aber ich mag, wenn das aufgeräumt ist. Ja, das mag ich auch, wenn das aufgeräumt ist, aber das ist die Frage, machst du das selber? Du musst jetzt aufpassen, Louis, seine Frau hört auch zu und die wird dir damit den Kopf schütteln, wenn er was Falsches jetzt hat. Nee, selten. Ich auch nicht. Also, meine Freundin ist jetzt dieses Wochenende leider außer Haus und ich hab gestern festgestellt, als ich Samstagmorgen aufgewacht bin, so die Teller standen da rum, so drei Flaschen Cola nach der Ecke, die Chipstüte lag noch da rum. Ich hab mir gedacht so, normalerweise ist das Samstagmorgen dann nicht mehr da. Hab ich gemerkt so, oh, das Bett nicht gemacht, nicht gelüftet, ich musste noch durchgesaugt werden. Also, man merkt dann schon, dass die Frau dazwischendurch noch einiges mehr macht. Aber die Ordnung liebt du ich auch. So, Nummer 18. Deutsche sind auf alles vorbereitet. Bin ich überhaupt nicht. Ich hätte auch nichts anderes erwartet, wenn du was anderes gesagt hättest. Ich muss so sagen, ich find das schon gut, wenn man sich vorbereitet. Wenn man jetzt, keine Ahnung, jetzt im Urlaub oder so und du wirklich auf, also, Spontanität ist super, wenn es nicht darauf hinausläuft, dass es irgendwie schief gehen kann. Aber ansonsten finde ich persönlich Ordnung schon besser. Nö. Ich habe auch... Ordnung sag ich schon, vorbereiten. Wieder diese Geschichte vom Urlaub. Ich hätte die Amerika-Urlaube, in der ich niemals alle Dinge so gebuckt wie von mir, wie wir das gemacht haben. Ich hätte das halt spontan da entschieden. Da hättest du locker überall was zu schlafen gekriegt und sowas. Ja, hätte man auch. Jetzt im Nachhinein wäre auch, glaube ich, nichts passiert. Man hätte was gekriegt. Aber was reizt sich daran? Oder warum findest du das besser? Gar nicht. Diese Spontanität, dass ich entscheiden kann an den Tagen, das gefällt mir doch sehr gut. Jetzt ein Beispiel bei dem Urlaub. Gefällt mir eher, dann bleibe ich halt zwei Nächte und nicht nur eine Nacht. Und wenn du das halt mit dir alles planst und das muss so sein, das ist aber auch oft so, auch wenn du dich auf viele Sachen vorbereitest, dass das hinterher doch nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist halt immer ärgerlich zum Beispiel, wie zum Beispiel Los Angeles. Da haben wir, man denkt immer so Los Angeles, geile Stadt, dann planst du irgendwie Tag mehr ein und du kommst da an und denkst dir so, boah. Am besten direkt an den gleichen Tag wieder weg. Können wir wieder los? Ja. Ja, und das sind ja solche Sachen. Aber auch bei anderen Sachen vorbereiten halt. Das ist, allein wenn du jetzt sagst, ein Kind kriegen oder sowas, viele Leute fangen jetzt schon was weiß ich auch, da finde ich zum Beispiel was anderes. Da werde ich auch schon ein bisschen anders denken, wenn das zum Beispiel um ein Kind zu bekommen geht oder sowas. Also du sagst, okay, neun Monate oder halt fast zehn Monate ist es soweit. Dann fängst du an, schon ein bisschen dich halt zu vorbereiten halt auf das, was da kommt und sowas. Das ist ja schon wieder was anderes. Aber das ist auch ein bisschen so zwiespaltig, bei so einer Geschichte. Aber wenn ich dich einschätzen müsste, bist du eher nicht vorbereitet. Ne, ich bin eher der Spontaner, wirklich. Das ist auch so. Hätte ich jetzt auch reingeschätzt. So, Nummer 19, vorletzer. Haltet sich immer an die Regeln. Sich immer an Regeln halten. Ne, das überhaupt nicht. Da kriege ich auch immer Ärger von meiner Frau, aber allein beim Autofahren schon. Ich achte da überhaupt nicht drauf, aber manchmal 50, dann fahre ich 70. Und sieh immer, wenn sie neben mir sitzt, ah, guck mal, du brauchst ja deinen Fahrerschein. Sag ich, ja. Ja, mir ist immer nur wichtig, dass ich andere Leute nicht damit irgendwie störe. Also, wenn ich denke, tue, die nun mich irgendwie mit mir was zu tun haben und nicht andere Leute irgendwie stören, dann halte ich mich auch nicht an den Regeln. Ansonsten, wenn ich wirklich andere Leute damit irgendwie beeinträchtige oder sonstige Sachen, dann halte ich mich an den Regeln. Ja, das ist schon wieder so eine Sache. Das ist auch bei solchen Sachen. Zum Beispiel an der Schlange stehen. Ich warte auch, bis ich an die Reihe komme. Das halte ich mir auch an den Regeln, dass du halt warten sollst, bis du an die Reihe kommst. Finde ich genau auch wichtig. Aber ist das nicht überall so? Ist das in Portugal auch so? Ich glaube, bei den älteren Leuten ist das schon ganz anderes. Du hast ja schon gemerkt, jetzt vorletzt mal, wir auch ein paar Mal irgendwo essen waren und so was. Und die älteren Leute, wenn die nicht sehen, dass du einmal das Buffet von vorne anfängst, dann rasten die völlig aus und die machen das aber selber, weil die Angst haben, dass das Essen reicht ja nicht für den, ne? Ja, aber ohne Scheiß, ne? Wenn ich am Scheiß-Buffet stehe, ne? Und der erste Pott da, was du da kriegst, ist etwas, was ich überhaupt nicht haben will. Und der nächste Pott ist das, was ich haben will. Dann laufe ich doch an dem vorbei. Ich brauche mich doch nicht so lange hinten anstellen und warten, bis der andere aus dem Pott was rausgeholt hat, was ich eh nicht haben will. Dann kann ich doch direkt den überholen. Ja gut, aber dann bist du für die anderen Potten alle, die danach kommen, direkt vor ihm. Und das ist ja schon wieder nicht so schön. Ja, aber die Leute kriegen ja trotzdem was ab. Ist ja nicht so, dass sie ja nichts abkriegen. Ja, erzähl mal die Rentner, die haben ja keine Zeit. Boah. Aber hast du dich mal erzählt, hat man Portugal in den einen Supermarkt, da musste man an der Fleisch-Ticke doch irgendwie die Nummer ziehen. Kann das angehen? Ja, genau. Das ist überall. In Fleisch und Wurst und Kieser-Ticke. Kriegst du ja überall. Und nicht nur in den Supermarkten. Du kriegst auch in dem ... Ja, das ist kein Witz. Auch hier in die Behörde. Wenn du irgendwo im Rathaus gehst oder sowas, dann hast du auch so eine Nummer. Und dann ist meistens so, da steht so ein riesiger Automaten. Da steht ja drauf, was für ein Thema du hast. Und dann ziehst du halt eine Nummer und dann wirst du halt gerufen, wenn du drin bist. Ja gut, ich meine, da, wo man nicht die Schlange sehen kann, wenn das jetzt quasi derjenige, der dich bearbeitet, hinter einer Tür sitzt und nicht weiß, wer als nächstes drankommt. Und draußen ist ein Warteraum und das nicht erkenntlich ist, dann kann ich das verstehen mit Nummern. Aber eine Fleisch-Ticke steht doch eh alle in der Reihe, oder? Ja, nicht unbedingt. Guck dir mal die Fleisch-Ticke, wie groß die sind. Und dann kommen Leute von der Seite und dann denken die, du guckst einfach nur, was so Reuter da gibt. Und wenn ein Verkäufer dich anspricht, ja, dann sagst du ja. Dann hätte ich das und das gehe ich mal gerne. Und die anderen Leute stehen da und warten noch, ne? Oh Mann, ey. Ja gut, kenne ich so persönlich nicht. So, letzter Punkt. Der Deutsche ist nur, was der Deutsche kennt. Nee, überhaupt nicht. Ich probiere alles. Ja. Ich mache auch viele Sachen nicht, aber probieren kann ich erst machen. Das ist mir egal. Es gibt Dinge, die gehören nicht auf meine Verzehrliste. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, hier in Frankreich, hier Froschsenkel und so ein Blödsinn. Das sind Dinge, wo ich sage, hab ich schon probiert. Muss ich nicht essen, aber probieren hab ich schon. Ja, ich probiere, ich würde sagen, zu 99,9% probiere ich auch alles. Aber es gibt halt Dinge, wo ich dann sage, das muss ich nicht auf meiner Speisekarte haben. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, genauso wie du. Wenn es essbar ist und essbar aussieht und eventuell schmecken könnte, dann erst mal im Mund stecken. Ausspucken kann man es immer noch. Ja, eben. So ist das. So, haben wir unsere 20 Punkte durch. So, gucken wir, wer gewonnen hat. Du hast 1, 2, 3 Mal Eilmann und ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Eilmann. Ich würde sagen, das geht mit leichten Vorteilen an mich. Ich bin ein größerer Eilmann. Aber das hätte ich vorher auch noch gewusst. Ich meine, so ein paar Sachen, da war mir klar, dass du ein Eilmann bist, wie Autosputzen. Da bist du auf jeden Fall mehr Eilmann als ich. Aber bei der Restlichen waren wir schon fast klar. Ja gut, du bist auch anders aufgewachsen als ich. Das ist alleine schon ... So was kannst du ja ... Klar, wir machen das jetzt halt Spaß und so was bei uns, aber das ist ja völlig anders, weil ich bin in einer ganz anderen Umgebung. Auch wie wir halt denken in Portugal, diese südliche Mentalität und so was, ist ganz anders als hier in Deutschland. In Deutschland wärst du ja vom Kleinen aus halt ganz anders erzogen und so was. Obwohl ich behaupten würde, meine Eltern, glaube ich, sind keine Eilmanns, aber ich glaube eher meine Schwester. Ich glaube, die ... Habe ich, glaube ich, den einen oder anderen Punkt, würde ich die wiedererkennen drin. Gerade so, was so auf diese Rechte pochen und so was, auch im Urlaub und so was. Da ist meine Schwester, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Ja, aber ja, das Ding ist, jeder auch unabhängig von den Erziehungen, jeder Mensch entwickelt sich auch wieder anders. Ich glaube auch, wenn du irgendwann deine eigene Meinung hast und so was, jeder entwickelt sich auch ein bisschen anders. Ja, schönes Abschlusswort. Ich würde sagen, in dem Sinne schließen wir diese Folge für diesen Sonntag ab. War eine schöne Folge. Hat mich gefreut. So, dann würde ich sagen, dann geht es nächste Woche weiter. Adieu. Adieu. Das war die Trend Reaction, der Podcast rund um die beliebtesten Suchanfragen der letzten Woche. Moderiert und kommentiert von Louis Silva und Glenn Arnold. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann unterstütze uns mit einer guten Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020